servus zusammen recht herzlich willkommen zu einer neuen folge der division 2 warlords of new york wir spielen season 11 rain of fire die herrschaft des feuers und wir schauen mal ganz kurz rein während ranger hier ja auch ein bisschen checkt was hier alles da draußen so passiert schauen wir mal rein was wir in unserer verhandlung noch haben stovepipe ist das letzte nachdem er seine schergen alle eliminiert haben und hier als letztes bleibt uns eigentlich nur noch stovepipe das primärziel und er befindet sich auf conny island also müssen wir dahin hilft nichts so da oben ist der haupteinsatz wir werden uns dann mal da schnell hin beamen zack und sind jetzt unterwegs nach conny island man hört den hubschrauber und dann schauen wir mal was uns stovepipe zu bieten hat was da dann jetzt gleich ab geht sie betreten einen sicheren bereich okay das ist die bowlingbahn und da geht es glaube ich raus und dann schauen wir mal da ist die sonne ok baseballplatz fahndung stovepipe herausfordernd ok naja gut das sieht es aber auch wirklich aus so das sturmgewehr habe ich auch gewechselt gegen den feuerteufel wenn wir ihn ins boot holen aha ok die mörser finden und deaktivieren ok die mörser finden und deaktivieren ich kann stovepipe sehen erscheint einen der mörser am strand zu reparieren gut mal kurz auf die karte schauen ok ja das ist wiederholen ok okay dann müssen wir da durchs tor alles klar so und wenn da eine munitionskiste ist dann heißt es meistens dass es anschließend ärger gibt können wir da durchschauen ok so müssen wir doch hinkriegen sehr schön ok jetzt geht es aber rund jetzt werden ein bisschen hier den ernster sache die schmutzige bombe nicht dass am ende selber die schmutzige bombe ist mal wie ist es nicht mal wie ist es nicht ich glaube wir müssen hier durch die schmutzige bombe ist es nicht mal wie 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 ist es nicht mal Der Weg ist frei. Sie können an der Achterbahn vorbei nach Westen. Sie sind in Reichweite, aber er schießt nicht. Die Stovepipe ist bei einem Mörser am Südufer. Irgendwas stimmt da nicht. Jaja, sie macht es aber spannend, ne? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass irgendwas hier nicht stimmt. Das sieht mir doch irgendwie nach einer Falle aus. Das sieht mir aus. Aha. Okay. Wir können uns dem Feind nähern. So, so. Da ist so ein Hovercraft. Okay. Und da haben die versucht zu landen, beziehungsweise sind gelandet. Coole Sache, coole Sache. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil jetzt müsste sich ja was tun. Sind das nicht die Mörser hier? Ach, du Schande. Deswegen bewegt er sich nicht mehr. Aha. Okay. Okay. Wir haben abgeschlossen. Wie sieht es bei den Mörsern aus? Selbst mit den beiden neuen Teams haben wir mehr als genug, um den Schiffsverkehr zu kontrollieren. Das ist gut. Sagen Sie mir Bescheid, wenn wir zusätzliche Ressourcen brauchen. Mach ich. Aber ehrlich gesagt, ist das alles ein wenig übertrieben. Lieber übertreiben als sterben. Tja. So zuverlässig sieht er jetzt auch nicht mehr aus, ne? Der Kollege. Ich würde sagen... Identifikation bestätigt. Zachary Stovepipe BT. Status verstorben. Was? Das ist eine Falle. Drohne der Klasse Rodeur entdeckt. Ach, du Schande. Drohne im Anflug. In Deckung. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Ach, du Schande. Feindliche Sturmerdrohne entdeckt. Die mag ich ja besonders. So, wo sind sie denn? Oh, da oben ist sie. Ah ja. Okay. Wo sind die anderen Teile? Die sind hoffentlich weggeschossen. Oh, die ist weg hier. Ach, du Schande. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da oben ist sie. Oh, jetzt fliegt sie in die Richtung. Ja, da werden wir uns wohl die ganze Zeit ein bisschen bewegen müssen, so ist sie. Da ist sie jetzt in der Richtung. Ja. Okay. Da müssen wir immer ein bisschen Auge drauf haben. Oh, Scheiße. Wie, noch eine? Ach, du Schande. Da unten kommen jetzt auch noch Kollegen. Ja. Jetzt werde ich von beiden Seiten ins Kreuzfeuer genommen. Das heißt, jetzt habe ich überhaupt gar keine Position. Wo ich einigermaßen safe bin. Oh ja, 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 ja. Ich brauche eine Position, wo ich ein bisschen Deckung habe. Nee, da komme ich nicht mehr rein, oder? Gut, dann alles klar. Also, das bringt gar nichts. Dann nehme ich wieder meinen. Dann nehme ich wieder rein. Identifikation bestätigt. Zachary, Stovepipe, Beatty. Status verstorben. Was? Das ist eine Falle. Drohne der Klasse Rodeur entdeckt. Agent, Drohne im Anflug. In Deckung. Jo, bin ich schon. Rote Sturmerdrohne entdeckt. Feindliche Sturmerdrohne entdeckt. So, erstmal diese kleinen Scheißteilchen hier aus dem Weg räumen. So, und dann mal ein bisschen hier in Deckung. Weil der andere schießt ja wie wild. Ah, falsch. Zack. Hä, wo ist er denn, der Container? Ach, da. So. Ach, was ist denn jetzt los? Hä, wo ist denn jetzt die Drohne? Ach, da. Okay. Okay. Andere Richtung. In den Container. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Trinkt das überhaupt was mit den Raketen? Ich glaube fast nicht. Aha. Jetzt kommt noch eine. Ja, die Dinger müssen weg, die Rotoren. So, und irgendwo kommen wir jetzt diese Lauffußis. Die gehen mir auch auf den Sack. Aaaah. Also. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh Mann, 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 Mann. Freunde, irgendwas ist auch hinter mir. Und da oben ist wieder einer. Wo sind denn die Teile? Ach, da sind beide. Aha. Und da läuft einer. Oh, oh, oh. Ja, kommt Roni, tu was. Ja, man weiß alles nicht, wo man raus soll. Oh ja. So, jetzt. Hm. So, wie sieht's denn aus? Die hat wenig, okay. Ja, das ist das falsche Ziel. Die andere wäre mir lieber. Ja, nicht die. Ups. Ja, da werde ich ein bisschen meine Medipacks brauchen. So, wo ist die? Die ist da rechts. Jetzt ist sie da wieder. Ups. Ah, jetzt kommt wieder die Raketensalve. Eine nach der anderen. Die müssen wir wieder abwarten. Oh, jetzt hat sie mich erwischt. So, schon wieder. Aber die eine ist fast erledigt. Okay. 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 Aber meine Drohne macht nicht richtig mit. Ihre Drohnen wegschießen. Oh. Ja, solange sie so hin und her fliegt, ist es okay. Jetzt wird sie wieder dreimal schießen, höchstwahrscheinlich. Ja, dann fliegt sie wieder in die andere Richtung. Okay, jetzt ist sie ein bisschen bewegungsunfähig. Aber halt nicht feuerunfähig. Oh, keine Munition mehr. Oh, 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 oh. Wo ist sie? Andere Seite, oder? Nee, hinter mir. Gehen Sie zum Abholpunkt. Torres kommt dorthin. Äh, Jörg, was ist da hinten noch? Doch mal, es gab nie schmutzige Bomben. Sokolowa hat uns vorgegaukelt, dass New York angegriffen wird und Stovepipe ein schwaches Glied sein könnte. Oh, da kommt welche. Und will uns das in die Schuhe schieben, indem sie sich die Unterstützung der Truß samt sichert und uns ihrem Problem einen Märzführer macht. Das dürfen wir nicht zulassen. Okay. Oh ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt noch, nachdem wir die Marodeurs hier gekillt haben. Ah, okay. So, jetzt erstmal Munition aufsammeln. Wo war denn der Nachschub? So, die Drohne. Packen wir ein. Ja, das war jetzt wieder eine aufregende Geschichte. Aber wie gesagt, da sehe ich gar keine andere Möglichkeit, als sich hier in diesem Container immer zu bewegen. Der andere Container war gar keine Chance. Aber hier halt immer ein bisschen hingegengesetzt. Aber mit zwei Marodeur ist es natürlich schon heikel. Und ohne Fertigkeiten wäre das sowieso nicht gelungen. Jedenfalls mir nicht. So, da haben sich Drohne und Geschütz schon bezahlt gemacht. An Bord des Bergungshelikopters gehen. Okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon war. Da gibt's auch bestimmt... Aha! Ah, danke. Aha, jetzt gehen die Fertigkeiten nicht. Supi! System reaktiviert. System gedrosselt. System wiederhergestellt. System Fehlfunktion. Ups. Und da hinten ist jetzt zu. Nee, da kann ich nochmal raus. Und mich nochmal ein bisschen... System wieder online. Okay. Okay. Ja, natürlich. Sonst haben wir ja gar nichts hier, ne? Ist ja sonst uns langweilig. So, vorne glüht's schon. Ja, klar. Da kommen sie. So, irgendwas treibt sich immer noch da vorne rum. Ist klar, ne? Ah ja, okay. System unterbrochen. System reaktiviert. So, da kommen sie jetzt von dort. Das Ding hier ausschalten. Wo ist es denn? System wiederhergestellt. Hä? System unterbrochen. Ach du Schande. Da kommen sie. System reaktiviert. System Fehlfunktion. Hä? Wo ist denn das Teil jetzt? Was der macht? Ist das da drin? System wiederhergestellt. Nee, das ist auf der anderen Seite. Okay. Okay. System wiederhergestellt. Oh. System fehlfunktion. Rote Stürmerdrohne entdeckt. Feindliche Stürmerdrohne entdeckt. Oh. System reaktiviert. System unterbrochen. System wieder online. System fehlfunktion. Oh, nee. Oh, nee. So, auf ein neues. Dann probieren wir es gleich nochmal. Oh, fuck. Vorsicht, Agent. Der Mörser ist wieder aktiv. Da kommt was auf sie zu. Und da kommt was auf sie zu. Untertitelung. BR 2018